Das sind die Wechsel, ja? Große! Ich bin bereit! Nein, ich mag es nicht. Ich werde das nun bis jetzt aktiv. So, herzlich willkommen zu einem kurzen Overwatch-Stream von mir. Ich werde nur ein paar Runden jetzt machen und dann nach einer Pause bis zum Predator. Bis zum Schluss. Wir müssen uns weiter abgehen. Praktische Notwendigkeit. Feindgesicht. Wir müssen erst mit ein bisschen Hilfe! Oh, Mensch! Jetzt gibt's was auf die Ohren! Puh! Viel besser! Gleich machen! Bumm! Puh! Geht mir gleich besser! Verdammt! Jetzt wird's massiv! Ich habe den Schein lokalisiert! Ich habe den Schein lokalisiert! Gäste... McV. Dann wollen wir mal ein bisschen aufräumen! Zieht euch jeden sean! Volle Drönung! Sichere den Zielbombe! Waaaaaaah! Ein guter Fahrer, den Feindlokalieren, zu Hause, zu Hause Der Ego, der Ego, der Ego, der Kenne da im Grenzen Mensch Okay, nehmt die wohl das nochmal ein. Wollt ihr mich wütend machen? Nichts. Ja, leider haben wir doch noch geschafft. Die Stunde hat geschlagen. Was? Wir sind natürlich wieder die falsche Sattel. Ist das ein Kostüm oder bist du einfach nur hässlich? Es heißt der Geist einer Gesetzlosen. Wir streif doch immer diese verfluchten Ebenen. Wir reiden easy über Berg und Tal. 5, 4, 3, 2, 1 und 2. So. Und dann geht's wieder. Ja. Ja, 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 ja. Und dann dreht sich das so. Ja, ja, ja. Ich bin brandgefährlich. Nice. Ich bin brandgefährlich. Man, das haben wir müssen mich echt hören. Ich bin brandgefährlich. Jetzt wird's massiv. So ein Drecke. Aber wir haben gewonnen. Wow. Ich konnte ihn nicht ein einziges Mal richtig treffen, den Reaper, aber die anderen habe ich ziemlich zerstört. Highlight des Spiels. Was? Wow. Krass. Ja. Puh. Alles klar. Wir sind nur dreimal verreicht, das lief ich ganz gut. Zwei Silber und ein Gold Damage. Stufe 17 haben wir auch noch erreicht. Hä? Jetzt ist es nur eine normale Lootbox. Ich bin verwirrt. Hallo. Das geht ja auch noch in 39 Minuten. Warum ist das jetzt eine normale Lootbox? Zwei Halloween Lootboxen. Ach nee, Moment. Jetzt habe ich doch noch zwei Halloween Lootboxen erhalten. Warum von Genji? Aber das habe ich jetzt am Ende noch bekommen. Okay. Ja. Da ist doch noch ein Halloween Lootbox. Allen. Okay. Uiuiui, da braut sich was zusammen. Okay. Ach, na schon. Drei Silber noch und wir könnten noch eins bekommen. Mal schauen. Also. Ich bin begeistert mit ihr. Beziehen Sie Verteidigungsstellung. Nimm mir mal einen Färber. Meiner Gitter. Ich werde echt noch krank. Ich beschütze die Unschuldigen. Gut auf, mit dem Quatsch. Er macht euch bereit. Angreifer in 30 Sekunden erwartet. Demonstration fündig. Iva ist bereit zum Kampf. Okay. Game case on. Hallo. Yes. Ah, Helen. Hey. Ziele erfassen. 5, 4, 3, 2, 1. Angreifer nähern sich. Verteidigen Sie Zielpunkt A. Hallo. 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 Spidermann. Spidermann. Oh. Oh. System repariert. Oh. Ah, vielen Dank. Danke vielmals. Ja, gut. War vielleicht auch nicht zu schlau, von hinten zu kommen. Hinter alle. Wenn man nicht ziehen kann. Da wollte man nur ein Twist-Damage machen, ohne dass man direkt dabei erschossen wird. Und sowas. Irgendwer ist am Zielpunkt. Ach, komm, ist das aber ernst? Nichts. Ein Ulti-Endgleich soweit. Zielpunkt verloren. Raptora-Systeme vorgefahren. Neue Verteidigungsposition. Zielpunkt B. Mir stirbt keiner weg. Sammelt euch. Tja, wo müssen wir uns entschaden? Nicht, ne, Ana. Tu verdammter Genshi. Jetzt seine Beute! Mein Team braucht mich. Leite Selbstzerstörung-Sequenz ein. Alle Systeme brummt. Du gehst. Straf. 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 Beziehe eine neue Position. Hallo, Bosse. Willst du dann irgendwas zusammenspielen? Overwatch oder Predator? Irgendwie sowas oder was anderes? Oder einfach nur zuschauen? Naja, wow, das war echt schlau. Okay, ein Hallo habe ich jetzt nicht erwartet. Ach komm, hör doch. Natürlich wirst du begrüßt. Nein, bring ich's zu Ende. Ich hatte heute auch nicht wirklich so ein bisschen anderes, ähm, besseren Tag. Deshalb bin ich irgendwie auch... Momentan nicht gut drauf, aber egal. Muss kurz duschen, aber dann, äh, keine Ahnung, ob du noch da bist. Gut, äh, ich muss dann... Ja, nee, ich mach jetzt den Stream aus und, äh, bin dann eine Stunde lang weg, dann auch können wir, wenn du möchtest. Weil eigentlich dürfte ich, äh, mich auch waschen und rasieren unbedingt. Sonst komme ich ja nicht dazu. So, äh, es ist schon wieder halb acht. Ja, okay. Ich versuche mich zu erweilen. Das Sinn ist Bart-Mord. Ja, aber mein Bart nervt schon hart. Ich mach das alles nicht für den Ruhm. Wow, und das mal haben wir gar nichts gerissen. Naja, das Hellwinder wird, ist jetzt eh gleich vorbei. Ich liebe mein Bart, ja. Ich will... Ah, ich mag auch mein Bart, aber, äh, in der Arbeit ist es halt nervig, äh, wenn du eine Maske tragen musst, den ganzen Tag an. Äh, das dann extrem joggt. Nach der Zeit. Und das ist eben nicht wirklich hygienisch, wenn ich, äh, in einer Lebensmittelproduktion immer nur mit Vollbart herumlaufe. Das muss zwischendurch leider mal noch passiert werden. Ja, ich denke, ich mach jetzt den, äh, Stream aus und dann, äh, mach ich mir ne Party auf. Ja. Wo ich dann erstmal, äh, weg bin. Erinnere mich nicht an dir, aber da, schlimm. Äh, morgen und am Freitag nach, dann ist es wieder Wochenende. Zum Glück. Aber ja, ich geh mich jetzt waschen und danach bin ich vielleicht nochmal online live mit Overwatch oder was anderem. Aber ich glaube, Overwatch hab ich jetzt erstmal wieder genug. Mal schauen, mal gucken. Ich mach auf jeden Fall ne Party auf und, äh, wenn ich wieder da bin, können wir uns dann, äh, ja, aussuchen, was wir machen. Also bis dann, so in einer Stunde circa wieder. Weil ich extrem lange fürs Resieren brauche. Also bis dann, äh, ja, aussuchen wir uns dann wieder.